Fünf neue Urteile, die jeder Autofahrer kennen muss 2023. Dabei betreffen diese nicht nur die Autofahrer selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, mal direkt oder auch indirekt. Und ein Urteil davon konnte ich selbst nicht glauben und der Verurteilte wohl auch nicht. Also, los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es gleich mal um fünf neue und teils brandaktuelle Urteile, die jeder Autofahrer und auch sonstige Verkehrsteilnehmer kennen sollte. Denn ansonsten kann es teuer werden oder sogar der Führerschein entzogen werden für Ordnungswidrigkeiten, bei denen man das nicht vermuten würde. Und da wir alle ja fast täglich im Straßenverkehr unterwegs sind, haben wir dieses Video für dich gemacht. Also, abonniere uns jetzt direkt, wenn du regelmäßig aktuelle News, Wissenswertes und Videos rund um Finanzen sehen möchtest. Wir freuen uns auf dich als Teil unserer Community. Bevor wir loslegen, der kurze aber wichtige Hinweis, Ich bin kein Jurist und das ist auch keine Rechtsberatung. Jeder Fall muss in der Praxis natürlich immer individuell betrachtet werden. Legen wir nun aber direkt los mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs, welches ich mehrfach lesen musste, um es zu glauben. Urteil Nummer eins, verlass dich nie auf andere. Im vorliegenden Fall wurde ein Autofahrer von einem Fußgänger auf Schadenersatz verklagt, nachdem es zu einem Unfall, also einer Kollision gekommen war. Soweit ein ganz normaler Fall auf den ersten Blick und wahrscheinlich leider im deutschen Straßenverkehr an der Tagesordnung. Was den Fall aber besonders macht, ist das Verhalten der beiden Unfallbeteiligten und eben das höchstrichterliche Urteil vom Bundesgerichtshof mit entsprechender Tragweite auch für ähnliche und andere Fälle. Zum Unfall kam es nämlich auf einer Brücke mit jeweils einem Fahrstreifen in beide Richtungen, die der Autofahrer befuhr. Von seiner Fahrtrichtung aus links wollte aber der Fußgänger beide Fahrbahnen überqueren. Ein Gutachter stellte hierbei fest, dass der Fußgänger aber wohl mit einer Geschwindigkeit von 12 bis 18 Kilometern in der Stunde, also eher Joggen oder gar Rennen, unterwegs war. Sowohl in der ersten Instanz das Landgericht Berlin als auch das Kammergericht in der Berufung sahen dahingegen die Schuld für den Unfall beim Fußgänger, da dieser seine Sorgfaltspflicht nach § 25 Absatz 3 Straßenverkehrsordnung nicht einhielt und der Autofahrer nicht damit rechnen musste, dass der Fußgänger einfach weiterrennen würde, trotz des herannahenden Autos. Man spricht dabei auch von Vertrauensgrundsatz. Der Bundesgerichtshof sah dies anders und ausschlaggebend war sogar die Tatsache, dass der Fußgänger eben gerannt war, also sich erkennbar nicht verkehrsgerecht verhielt. Im Urteil heißt es, vielmehr musste der Beklagte zu 1, also der Autofahrer, die Möglichkeit berücksichtigen, dass der Kläger seinen Lauf über die Fahrbahn bei Erreichen der Mittlinie nicht abrupt abbrechen würde, sondern die Brücke unter Verstoß gegen seine, erwähnte Sorgfaltspflicht, den Fahrzeugverkehr zu beachten, in einem Zug noch vor dem Fahrzeug des Beklagten die Brücke überqueren zu wollen. Hierauf hätte er sein Fahrverhalten also einstellen müssen. Also, obwohl laut Gutachter der Autofahrer selbst mit normaler Geschwindigkeit unterwegs war und der Fußgänger nachweislich und rechtswidrig rennend die Fahrbahn überqueren wollte, ohne Rücksicht zu nehmen, liegt eine Mitschuld beim Autofahrer vor. Zwar betont der BGH, dass man als Verkehrsteilnehmer, der sich selber verkehrsgemäß verhält, nach dem Vertrauensgrundsatz nicht davon ausgehen muss, dass andere Teilnehmer durch pflichtwidriges Verhalten den Verkehr gefährden, aber es gibt für dich, mich oder jeden anderen auch nur den kleinsten erkennbaren Zweifel an dem Verhalten des anderen, darf man sich eben nicht darauf verlassen. Und wenn nun nicht mal das Fehlverhalten des anderen vor der eigenen Schuld schützt, dann wird es, finde ich, wirklich fraglich. Also ein wegweisendes Urteil, welches jeder Verkehrsteilnehmer unbedingt kennen sollte, sonst kann es richtig teuer werden. Versteht mich doch nicht falsch an der Stelle, ich plädiere sowieso für Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung und bin für ständige Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtsnahme aller Beteiligten, aber wenn ein Fußgänger nachweislich einfach rüberrennt und nicht anhält, hätte ich so mit dem Urteil tatsächlich nicht gerechnet. Oder wie ist deine Meinung dazu? Würde mich wirklich sehr interessieren, schreib es mir mal in die Kommentare. Alle Urteile verlinken wir dir übrigens auch in der Videobeschreibung. Genau wie Urteil Nummer 2, Vorsicht, Hupe! Dass Hupen nur als Warnsignal im Straßenverkehr genutzt werden sollte und ein missbräuchlicher anderweitiger Einsatz, wir kennen das alle, vielleicht als Kommunikationsmittel oder Zeichen des Ärgers benutzt wird, ist eine Ordnungswidrigkeit und das sollte hinlänglich bekannt sein. Darum ging es in dem Fall aber auch gar nicht, sondern die Hupe wurde sogar bestimmungsgemäß als Warnung eingesetzt. Doch statt den Hubenden von einer Schuld zu befreien dadurch, weil er den anderen ja gewarnt hatte, wurde ihm genau das zum Verhängnis. Was war passiert? Ein Peugeot-Fahrer fuhr in einer verkehrsberückten Straße, also ohnehin relativ langsam, und bemerkte im weiteren Straßenverlauf auf der rechten Seite, dass dort ein Mercedes stand, der anscheinend beabsichtigte, rückwärts aus einer Garageneinfahrt eines Wohnhauses fahren zu wollen. Weshalb der Peugeot-Fahrer also hupte. Der Mercedes-Fahrer hatte also eigentlich gleich zweimal die besondere Vorsicht zu beachten. Einmal beim Rückwärtsfahren aus § 9 Absatz 5 Straßenverkehrsordnung und nach § 10 Straßenverkehrsordnung beim Ausfahren aus einem Grundstück. Trotzdem kam es zum Unfall. Also klare Schuldverhältnisse? Nein, sagt das Landgericht Saarbrücken. Zwar sei der Mercedes-Fahrer hauptsächlich schuld, aber durch das Hupen des Peugeot-Fahrers ist bewiesen, dass er die drohende Gefahr kommen sah und er hätte deshalb seine Geschwindigkeit anpassen oder gar anhalten müssen. Die Hupe war also letztendlich der Beweis gegen ihn, dass er hätte reagieren können und er sich der Gefahr bewusst war. Hätte er nicht gehupt, wäre ihm dies wohl kaum nachzuweisen gewesen und dieser Fall wohl ganz anders geendet. Also Vorsicht Hupe! Urteil Nummer 3, rechts vor links. Oder etwa doch nicht? Bestimmt kennst du die Schilder an öffentlich zugänglichen Parkplätzen, wie beispielsweise Supermärkten, Baumärkten oder auch an Parkhäusern, auf denen ja vermeintlich klar geregelt ist und steht, hier gilt die STVO. Und das mag tatsächlich auch stimmen, ist aber mit einer ganz trügerischen Annahme verbunden, die im Falle eines Unfalls wiederum teuer werden kann. So entschied der Bundesgerichtshof, dass die eigentlich jedem bekannte Regel rechts vor links eben in den meisten Fällen nicht auf solchen öffentlichen Parkplätzen oder in Parkhäusern gilt. Das liegt daran, dass die Fläche an sich nicht als echte Fahrbahn und Straße zu werten ist. Eine Ausnahme gilt, wenn auf dem Parkplatz deutlich markierte Fahrspuren vorhanden sind oder auf die Anwendung der Regel vom Eigentümer des Parkplatzes konkret hingewiesen wird. Was aber meistens eben nicht der Fall ist. Demnach sind dort auch gar keine Kreuzung oder Einmündung, wie in § 8 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung stehend, gegeben und die rechts vor links Regel kann dadurch gar keine Anwendung finden. Vielmehr gilt dort dann der bereits erwähnte § 1 Straßenverkehrsordnung mit der Vorsicht und Rücksicht. Im konkreten Fall wurde deshalb die Schuld auf beide Unfallbeteiligte aufgeteilt, wobei dem einen eine Mitschuld von 70% zugewiesen wurde, weil zwar beide zu schnell unterwegs waren, aber der eine eben noch schneller als der andere. Also aufpassen, wenn du das nächste Mal auf einem solchen Parkplatz oder im Parkhaus unterwegs bist und nicht auf die Regeln der Straßenverkehrsordnung beharren. Denn gewisse Regeln gelten dort dennoch nicht. Das gilt übrigens auch für die Anschnallpflicht, was viele nicht wissen. Solange man Schrittgeschwindigkeit fährt, muss man sich auf öffentlichen Parkplätzen nicht anschnallen. Sicherheit geht aber natürlich immer vor und zu sicher sollte man sich nie sein im Straßenverkehr, zum Beispiel auch, wenn es um Strafzettel geht. Urteil Nummer 4, plötzlich Pappe weg. Zugegeben, das ist etwas flapsig ausgedrückt, aber wird den einen oder anderen vielleicht auch zum Schmunzeln bringen. Besonders die Person, die sich gern mal über Falschparker beschweren. Und ein ganz besonderer Fall mit besonderer Strafe wurde vor dem Verwaltungsgericht Berlin verhandelt. Die Folge, ein Jahr Führerscheinentzug und ja, für Falschparken. Denn der Verurteilte sammelte tatsächlich 159 Knöllchen und 15 Bußgeldbescheide wegen überhöhter Geschwindigkeit innerhalb eines Jahres, weshalb ihm das Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten aufgrund mangelnder Eignung den Führerschein entzog. Die Verstöße begingen er nach eigenen Angaben dabei gar nicht alle selbst, sondern sie wurden auch von anderen Personen begangen. Aber eben mit drei auf ihn zugelassenen Fahrzeugen. Außerdem führte er an, dass er doch beruflich auf seine Fahrerlaubnis angewiesen sei und klagte vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Aber ohne Erfolg. Dazu hieß es zwar, dass Bagatellverstöße im Straßenverkehr bei der Prüfung der Fahreignung grundsätzlich nicht betrachtet würden. Anders sei dies aber, wenn ein Kraftfahrer offensichtlich nicht willens sei, im Interesse eines geordneten Verkehrs bestimmte Vorschriften zu beachten. Also schon ein deutliches Zeichen an die notorischen Knöllchensammler. Auch wenn ich zugeben muss, 174 Bußgelder in einem Jahr sind wohl dann doch eher der Einzelfall. Urteil Nummer 5. Handy weg. Dass man als Fahrer kein Handy oder Smartphone während der Fahrt bedienen sollte und darf, ist glaube ich auch jedem klar. Aber wie sieht es eigentlich mit den Beifahrern aus? Darum ging es in einem aktuellen Fall vor dem Ummerlandesgericht Karlsruhe. Dort war ein Mann mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und daraufhin von der Polizei angehalten worden. In der Mittelkonsole lag aber ein Handy mit geöffneter Blitzer-App, welches der Fahrer, und ich zitiere, zur Seite schob. Und genau das war der Punkt, weshalb es das Gericht als erwiesen sah, dass er von der aktiven App-Nutzung wusste und damit das Bußgeld gegen ihn aufrechterhielt. Denn was für den Fahrer gilt, gilt im Hinblick auf solche verbotenen Apps auch für die anderen Insassen, wenn der Fahrer Kenntnis davon hat. Hätte er einfach nichts gemacht und sich doof gestellt, wäre es wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Das waren fünf Urteile, die meiner Meinung nach 2023 jeder Autofahrer kennen sollte. Beachte bitte unbedingt, dass diese Urteile nicht zwangsweise auch für andere Fälle gelten, sondern diese immer individuell betrachtet werden müssen. Für das bessere Verständnis haben wir außerdem bewusst die Fälle versucht, einfacher darzustellen, denn einige der Urteile sind mehr als zehn Seiten lang und die Prozesse zogen sich teilweise über 18 Monate hinweg mit einer entsprechenden Masse an Informationen. Wir konnten also nicht jedes Detail mit aufnehmen, sondern wollten grundsätzlich die Achtsamkeit und Sicherheit im Straßenverkehr in den Vordergrund rücken und haben, so gut es ging, versucht, die Urteile zusammenzufassen. Die Informationen ersetzen also keine individuelle Rechtsberatung und stellen auch keine Rechtsauskunft dar. Wir hoffen dennoch, dass für dich oder dein Umfeld die eine oder andere neue Sache dabei war und würden uns freuen, wenn du als kleine Unterstützung unserer Arbeit dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und auch unseren Kanal abonnierst für mehr Videos mit aktuellen Inhalten, Steuertipps und rund ums Thema Finanzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Dein Finanznerd Simon.